15 Minuten Ab jetzt erst Jetzt aber schnell Mal gucken Das ist so 1994 Das ist so Ich bin da für niemanden zu sehen Ich habe das erste So, so, so Ich habe Nein, ich habe You are so, I don't want to go You get me when I seem so lost in my dance at the scene I've never had that first love, so, so, so I have no clue what you're talking about, so, so, so I'm too far behind to beat you, but please Can I keep ya? Please, can I keep ya? I'll take what she taught you and make my own mess I'll take what you've gone through So you will never have to confess I've never had that first love, so, so, so I have no clue what you're talking about, so, so, so I'm too far behind to beat you, but please Please, can I keep ya? Please, can I keep ya? Please can I, please can I, please can I, please can I Please can I, please can I, please can I Please can I, please Can warm. Also es war schon da hinten warm. Wart mal, bis du hier sitzt. Stimmt, da wäre ja noch was. Damit kann man tierisch Zeit schinden. Also länger. Kann ich das? Beim letzten Mal auch länger. Du musst auch nicht die ganzen 15 Minuten. Ja, das ist ja auch, das ist ja die gleiche Chance für alle. Das ist ja gar nicht. Ich habe immer gedacht, wir sind zu verschieden. Doch jetzt habe ich erkannt, wir sind zugleich. Weil mein Leben sich um dich dreht. Und es dann ganz genau so geht. Wer, wer, wer hätte das gedacht? Wer, wer, wer hätte das gedacht? Wer, wer, wer hätte das gedacht und es hat alles nichts gebracht. Vielleicht kann man's von Weitem schlecht sehen, aber wer verarscht hier eigentlich wen? Ich nehme, was mir gehört und hab leichtes Gepäck und bin dann erstmal weg. Wer, wer, wer hätte das gedacht? Wer, wer, wer hätte das gedacht? Wer, wer, wer hätte das gedacht und es hat alles nichts gebracht. Das Fieken kam nicht von mir, das war jemand. Ich habe es dir schon tausendmal erzählt. Alles, was du hast, ist alles, was mir fehlt. Egal, wo du jetzt hockst, da geh ich nicht rein. Und ich bin mir ziemlich sicher, du hockst da nicht allein. Wer, wer, wer hätte das gedacht? Wer, wer, wer hätte das gedacht? Wer, wer, wer hätte das gedacht und es hat alles nichts gebracht. Ich bin mir ziemlich sicher, du hockst da nicht allein. Habe ich schon erwähnt, dass ich überhaupt nicht nervös bin? Ich bin überhaupt nicht nervös. Du hast noch fünf Minuten. Ja, dann stimme ich erstmal. Du hast eben irgendwie rübergeguckt. Ja. Möchtest du irgendwas? Nö, ich dachte, ich guck mal, was du so machst. Okay. Ich dachte schon, ich hätte gern auch noch ein Bier, bitte. Aber das muss ich dir nicht holen, oder? Nee, du kannst ganz gemütlich deine Gitarre stellen. Das ist super, weil das mach ich eh grad. Oh, dann...